Herzlich Willkommen zurück bei GTA 5 und dem Lomodos hier mit der Travel Town Crew und dem Dalukat, dem McManus, dem Liquid Duck, dem Kuntran, der Chigo, dem Sachsen, ich glaub ne ist grad raus die Runde ne? Ja. Dem Freezy und mir. Hallo Evi. 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 Leute fahrt geradeaus über die Runde. Da brems ich lieber noch. Geradeaus. 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 Holla. Durchgesetzt. Nicht durchgesetzt. Da kommt ja alles. Nein. Nein. Mit Chigo in dem Looping. Nein. Oh nein. Gerade Bobo ist in einem Looping. Und Flug. Und der zieht vorbei. Ey. Ich wollte McFly und Chigo mitgefahren. Oh. Da ist der Panda. Ins Wasser gehüpft. Oh McFly. Oh. 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 Da muss man schon mal draußen an der Kurve mal kurz gucken, was da los ist. Hallo? Ich hab ja mal kurz... Ja, Reddy? Ja. Und ich? Alles. Also, ich bin wieder da, hallo. Hallo. Wir haben eine Internet-Provider. Hat eine Störung. Achso. Oh, Leute. Das war aber nicht mit. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. No. Fuck it! Ah, scheiß, doch die Wand an. Ja, Künder, das war trotzdem auch knapp, ey. Ach, war das Trick. Willkommen. Ja, ich hab's gemerkt. Knackt, ey. Oh nein, gerade keine Welle da. Alles gespürt. Jaaa. Ist doch nett, dass du warm bist, Freezy. Ja, hab ich hier mal. Ich weiß nicht, welcher Platz bist du denn? Oh, grad so ins Wasser gekommen. Da ist hier. Ich hab dich. Hab dich. Warum bist du denn jetzt so schlecht auf einmal? Ja, weiß ich nicht. Oh, sorry, Tico. Oh, no. Da ist jemand runtergefallen. Obwohl ich das jetzt nicht so schlecht finde. dass es Liquid war, weil der ist nämlich erster in der Gesamtführung. Okay, Mann. Nein, aber Liquid. Ganz ehrlich, ich helfe dir trotzdem. So ist es nicht. Oh, scheiße. Oh, hier muss ich mich rumschlängeln. Aber kann es sein, dass der Osiris steuert werden? Nein, ich glaube, der kann nicht sein. Also, ich glaube, der kann nicht sein. Der Osiris steuert sich eigentlich ganz gut. Das ist mir sehr leid. Manus dem Tauter wegen seinem Dialekt mobbt. Hat doch selbst so einen Flügel, oder nicht? Was hab ich gemacht? Gemobbt? Ich wollt's ihnen nur erklären. Das ist auch... Ich will gar niemand mobben. Wer ist Geld? Wer ist Geld? Wer ist Geld? Und Blau müsste Kunran sein. Oder so. Wie ist das gewischt? Kleine dicke Kinder. Bei uns sollte man nicht treten. Das hab ich leider nicht verstanden. Irgendwas mit Drachen. Dicke Kinder darf man nicht treten, Manus. Achso, ich dachte irgendwas mit Drachen. Ja. Maxi hat direkt einen steirischen Kurs. Was? Achso. Maxi. Jetzt wieder auf Hochdeutsch. Dann wieder auch die Zuschauer. Also ich glaube, der redet ja noch mehr Hochdeutsch. Ja. Der ist ja klar. Baut doch beste Runden sei dir. Also sie weißer kamiert, dass sie mit dir Hochdeutschrecken. Aus dem hab ich schon ein bisschen weinen. Oh, Chico. Das ist aber der harte Hausnummer von dir. Ich hab mich nicht berührt. Was? Oh, wieso springt er da? Der war gut, Chico. Ich fahr die ganze Runde mit der Erste. Wir gucken mal los. Los jetzt. Da vorne ist Dalu. Ja. Komm dran. Auf geht's. Jetzt fau doch mal weiß raus. Was? Chico, was machst du von den Kamikaze? Scheiße hier. Jetzt musst du weg. Also tut mir echt leid. Egal. Oh, Chico. Oh, Chico. Also da ist dein Schluss mit lustig hier. Oh, 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 oh. Sind alle jetzt weg? Da ist... Moment. Manus und Liquid sind noch hinter dir. Und Manus und Liquid werden die Schulden. Liquid, du müsstest mal warten auf mich. Mann, ey. Auf dich warten, ey. Ich bin schon wieder hupend durch die Kurve gefahren. Weil ich den Controller so verkrampft drücke. Oh, Welle. Das heißt auf Deutsch, du haust ihn gegen deinen Monitor an. Ihr seid jetzt schon bei der Welle? Ich drücke den Controller verkrampft, heißt das auf Deutsch. Ich nehme alles an Wasser mit, was man mitnehmen kann. Yes. Nennt mich Aquaman. Weißt du was, Liquid? Ja. Kurz vorm Ziel. Ja. Kurz vorm Ziel. Ja. Alles klar. Wirst du sehen, Dalu Card beginnt Selbstmord. Hahaha. Da wird die Karre einfach in Flammen aufgehen. Mann aus dem Rückspiegel sieht ja. Weil ich so lange hier auf Platz 1 fahre. Hot seat. Aber das Problem ist, wir kommen nicht ran, Liquid. Wir müssen was machen. Ja, das ist halt auch hier die Strecke so, da bremst du immer wieder runter. Weil wir uns nicht gegenseitig boosten. Wir werden auch hier, wir sind auch langsamer. Das ist Kacke. Ja. Warte mal, ich bin gleich da bei dir hier. Oh Scheiße. Ich schau den Liquid nicht raus. Ich schau den Liquid nicht raus. Doch, du willst einfach mal an Liquid sein am Ende. Ne, ne, ne. Würde ich nie machen. Ey, genau so sah es aber auch aus in der anderen... Oh nein. Du musst auch lenken, ne. Das war eine Rechtskurve. Leck mich. Du bist einfach gerade ausgefahren im Rückspiegel. Du bist gerade ausgefahren. Oh nein. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich mein jetzt nicht so stark wie Manus, aber... Nein! Ich schaue die Arme! Ich schaue die Arme! Ich schaue die Arme! Ich schaue die Arme! Das Problem ist, ich fahre halt langsamer als ihr. Ja, aber du brauchst sie dann nur... Batsch! Und schon ist das Thema erledigt. Liquid, hol ihn dir! Wie viel schneller bin ich auch da jetzt? Ich fahre halt gar nicht schlecht, aber das reicht trotzdem nicht. Ja, du fährst die Kurven besser als wir. Du kommst in einigen Kurven einfach weiter weg von dir. Ey! Was ist los da denn? Oh, das geht sich genau nicht aus. Ja, wäre ich mir nicht so sicher. Von der Distanz her ist das genau schlecht. Ich habe auch gerade die. Oh, mal Tau, Tau zu. In meiner Meinung nach fahre ich halt... Bisher kann ich nicht fahren, aber... Okay, Freezy? Ja, was denn? Vor dir. Wenn du den raushaust, er gibt dir einen lustigen Wett. Okay, das ist gut. Jetzt kriegst du eine Welle. Alles klar, er kriegt Tau dir einen lustigen Wett. Ach komm, das war sehr gut. Die Kurven, perfekt genommen. Keiner hat es rausgegangen wieder. Das sieht aus. No, ich habe aber Wasser abbekommen. Ich auch. Ich auch. Loll, Loll! Du hast kein Wasser abbekommen dann, oder? Alter! Nee, aber das ändert nichts. Weil jetzt kommt die schlimmste Stelle, wo ihr immer halt die paar Meter aufholt. Ah, die Kurven haben sie aber gut genommen. Hier muss ich nämlich springen! Ah, guck mal mal. Da sind sie schon jetzt. Oh, das ist jetzt geil. Oh, das ist jetzt geil. Oh, das macht nichts zu. Was war das? Da rammelt der Hirsch oder was? Nein. Da kommen noch zwei Kurven nach der Röhre. Wow. Ich höre den Motor schon. Da steuern links. Ah. Oh, ein Drift! Da liegt ein 1a Drift! Tino? Ja. Okay, okay. Das war's. Keine Ahnung. Irgendwie kriegst du keine Geschwindigkeit raus. Ich habe auch keinen Fehler gemacht. Doch, du willst es als zwei Rädern weiterfahren. Ja, so richtig? Ja, haben wir geguckt, nicht? Scheiße, ey. Oh, oh. Geht ins Wasser? Ah, verdammt der Herr. Nein! Oh Gott sei Dank. Das war einfach gut gefahren von allen. Ja, man hat aber echt, also die ersten fünf, da hat man nichts gut gemacht mehr, ey. Ne. Ich hab die eine Kurve verrissen. Ich weiß nicht warum so richtig. Du hast ja nicht mal in die Kurve eingelegt. Ich bin immer in die Kurve gefahren. Ich weiß auch nicht, was da los war. Kurz eingeschlafen. Naja. Und vorbei. Was eigentlich mit Friesen los? Hast du auch gecheatet damals? Hä? Wo war ich? Die ersten Rennen haut er immer den Bot an. Ja, ich weiß nicht, was los ist, ey. Ich glaub, die ersten Rennen fährt immer seinen Mann. Ich hab gegen Keystone, ich hab einen Hexstone. Irgendwie kann es sein, dass er einen Notstand hat, dass er mich von hinten auch buddeln muss. Was? Da ist die Holzmaske. Ich hab meinen Holz. War schon gut. Und ich hab die schnellste Runde, das glaub ich ja nicht. Ja, wenn man so weit hinten ist, ist das normal. Das weißt du doch. Trotzdem. Oh, so weit hinten vor allem. Puzzi fix lässt du mich jetzt in die Lobby? Kommt der jetzt in die Lobby? Jui ist schon wieder in der Lobby. Jui ist schon wieder in der Lobby. Jui hat sich aber abgemeldet jetzt noch. Achso. Jaja, das sind wir nur einmal drin. Das ist natürlich echt blöd, weil das Ding ist durch. Was ist das? Was ist das? Ist das Maul? No, ist das ein Zebra. Dann nehmen wir den Omnis, den haben wir noch nicht. Oh, das ist die Kackstrecke. Was ist die mit der Rampe? Wenn du zu schnell bist, kannst du die nicht kriegen. Maske wieder aufsetzen. Links, rechts. Leute. Eine Rampe bremse ich jetzt. Hab ich das richtig zu den Füßen jetzt was angezogen? Ja. Gut frisch. War es umgezogen, Füßen? Ist das mit dem Flughoffel? Ja. Ich glaub nicht. Kurz ein paar Rampe und dann Offroad. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt bitte schnell, bevor alle einrammen. Schnell, 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 schnell. Und abheben. Und abheben. Das sieht so nice aus. Oh Gott, sagst du wirklich? Oh, hat das nicht. Bam, 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 bam. Alle klatschen auf. Oh nein. Sie kommen ran. Ich muss doch springen. Springen. Oh, ich wurde in der Luft geraumt. Was? Also ganz ehrlich, vom letzten Blatt sieht das richtig geil aus. Jawohl. Oh fuck. Was war das denn? Alter. Was geht ab, Bro? Hey, moin. Ich hab nur mal angedockt, ey. Angedockt, ey. Wow. Das war aber nicht angedockt. Alter. Was ist denn mit dir die Sauber? Ja, komm. Jetzt müssen wir mal ran. Es war ja alles gut jetzt. Ey, vor allen Dingen liegt man checkt sich davor die Punkte, ey. Komm jetzt. Was war das denn? Das ist Team Weiß. Naja. Ich hab aber meine rote Stoßstange hinten. Oh Mann, ey. Wow. Wow. Man, oh. Aufgespickt. Man ist gar nicht schwer dafür, wenn die hier einen Kaffee-Krams machen. Wir haben ja nicht mal Speed für die Lampe. Oh, hör auf. Das ist die Kackrampe. Ich hab Windschatten. Ich bin raus. Oh, oh. Fahr rechts. Fahr doch. Nein, die ist besser. Oh, lol. Uiuiuiui. Wer ist denn da? Rock Splash. Oh, 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 oh. Hör doch mal aufschiert, ne. Das ist ja nicht normal, ey. So, das Tau-Tau. Der ist kein Thema. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Das sieht so ziemlich geil aus. Aber jetzt fängt das Rennen erst an. Okay, das ist gut. Das Rennen ist auch gleich schon zu Ende. Das Streck ist, glaube ich, echt kurz. Jetzt fängt das Rennen erst an und dreht er mich hier. Was soll denn für trennen? Du bist irgendwie... Das ist mir gelenk. Das ist mir gelenk. Da war nicht mal eine Krufer. Ich bin neben dir gehalten. Aber du bist immer wieder in den Schneider kommen und das war das Problem. Das ist Offroad. Das ist Offroad. Das sind alle. Ja, deswegen ja. Das sind alle. Los jetzt! Keine Ahnung. Los! Merkauf kriegen wir die! Es macht er nicht ernsthaft. Ja, Entschuldigung! Es ist ja spannend! Mann! Ey, das war so nicht geplant. Du bist leicht rübergekommen und dann warst du eins zum anderen, aber es ist jetzt vorbei. Die Strecke ist eigentlich kacke. Ja. Oh shit. Liquid gewinnt. Liquid gewinnt! Ne, 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 ne. Du landest so viel vor mir. Wer hat den Frangenwagen? Ich! Es tut mir auch leid. Bist du wenigstens hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Wo ist Manus? Na, wo ist Manus? Es tut mir echt leid, Max. Es war ihm für Schicksal. Es ist ja nur ein Punkt. Da war ja noch alles in Ordnung. Es habe ich zu spät gesehen, dass ich dir auf dich zuschieße. Tut mir leid. Frizi ist wie immer letzter. Ich habe den Checkkollen verpasst. Aber hast du am Anfang auch noch meinen U-Turn gesehen? Ich frage mich, was du am Anfang mit vorne mitgefahren bist, Frizi. Ja, ich war ja. Das ist eigentlich echt gut. Und jetzt zeigst du dir die übelsten Nuller. Nuller. Und wir der Einzige, der nicht ins Ziel gekommen ist. Oh, verdammt. Hast du noch meinen U-Turn nach den Frontflip gesehen, was ich mochte? Ne, ne, da bin ich vorbeigefahren. Ach, schade. Ich habe mal kurz nach hinten geguckt. Du hast auf jeden Fall dich noch mal richtig gedreht. Ja, ich weiß. Ich bin rückwärts gegangen und habe einen U-Turn gemacht. Du hast ja Shigu angedoucht. Ne, ne, das war nach. Achso. Das war beim zweiten Sprung. Da habe ich einfach mal einen Frontflip gemacht. Und dann habe ich ihn noch einen U-Turn gemacht. Ei, 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 ei. Freezi, Freezi, Freezi. Was los? Jetzt kann ich nur noch sehen. Oh, jetzt ist der Kundran auch noch vorbei. Ich glaube es nicht. Also ich sage mal so, dieses Ziel. Ich kann dir so viel leid tun, wie du willst. Warte mal, wir schnitten. Ich sage ja, es tut mir leid. Ich kann dir so viel leid tun, wie du willst. Oh, nein. Also Freezi, wenn du ein Gentleman bist, dann lässt du Shigu noch vor. Gehen wir da ja Dress und ich schick da. Weil dein Skill heute, das ist... Was? Was ist denn das jetzt für eine Hip-Hop-Scheiß-Magea? Natürlich, steckt der Frau natürlich noch einen Platz in den Arsch, weil sie es nicht kann. Ja, super Idee. Der letzte Mal hat doch auch mit Anne gemacht. Ah, was? Anne hat gewonnen. Wir nehmen den Prodo. Nehmen den Prodo. Nehmen den Prodo. Der ist für dich in der Regel. So und ich mache jetzt den Tarn-Modus. Tarn? Tarn-Modus? Was ist passiert, wenn ein Österreicher nach Ostfriesland geht? Die Österreicher haben einen Deppen weniger, die Ostfriesen einen Ingenieur mehr. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ach doch, jetzt habe ich ihn verstanden. Oh mein Gott. Das ist die Strecke mit dem Tunnel am Ende, oder? Ja, das ist die... Wer hupt denn eigentlich? Oh, Freezi. Du kriegst ja nicht mal während der Stadt hin. Dalu. Ich weiß nicht, was los ist. Ey, wer ist denn blau? Ich habe dich nicht gesinnt. Ey, McFly, du bist... McFly... Ja. Weißt du was, McFly? Boah. Ich bin raus. Du bist da los. Besser ist das hier. Mann! Oh, 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 oh. Welche Taste für Karte haben? Fuck. Standardmäßig. Also durchspielst du gleich. Wo war der gute Weg? Ja, was denn? Ja, wie? Du hast angefangen mit der Scheiße. Du hast doch einfach mal weiterfahren können. Du hast mich gewollt jetzt umgedreht. Auf der geraden Strecke. Auf der fucking Kurve. Was hast Du davor gemacht? Bin nicht aussing gegen dich gekommen, weil Dalu mich von rechts geschaufte hat. Au, faschsee! Ich lach nicht tot! Ich wurde über die Rampen geschlossen. Ja lachlich bloß tot. Haben wir ein... ...ein Problem wenig auf der Welt, ey! Oh, 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 oh! Oh! Iiihihihi civilization. Oh, shit. wer ist da fast abgeschmiert gerade vorne ich bin auf der scheiß ipsil und gekommen aber ich war schön weg und dran das ist das können nur die ösis das ist eine richtige kamellen erzähler und ja es gehen vorbei und voll in ihn rein weil das ja auch so gut klappt mit dem ende vorbei ob er aber du jetzt erzählst du aber schwachsinn ich weiß genau wer da vorne weg fährt liquid und da nein ich hab's versaut ich bin ganz raus jetzt ich war zweiter und müsste jetzt irgendwo auf dem achten land oder so 6er 7er 8er perfekt und ich bin ja aber sei doch froh so dicht weil alle zu dicht zusammen sind ganz die ausgewichtigen bin jetzt uwe was los der tunnel ist breit genug für zwei autos wenn du rechts oder links vor dem von der weiß linie fährt wie weit schicko weg ist was ist denn hier los ich kriege ja nicht mal wünsche an wenn ich keinen manus wegframm kann ich auf die wahllinie fahren mein freund vor allem weil ich mich ja schon mal weggelassen haben 1,2,3,4 ich sehe nur vier leute hä, wo ist denn der Rest? ein zielgrat aus aber ich sehe nur vier leute vor mir ist aufholen aus aber das ist ja krass wie chico einfach da vorne krass ja ist doch ok ja ist in Ordnung ja ist es auch ich sag da gar nichts ich krieg von dir kein Windschatten what the fuck guck dran weil du es nicht verdient hast deswegen so ich hab ein neues ziel gefunden das ist ein schwarzes auto nach vorne das wirst du nie wieder sehen aber wechsel das ja eigentlich mit meins das bringe ich dich um genau der Sachse bringt dich einfach um alter er zieht rüber ich war rechts neben dir ich war rechts neben dir und du hast nach rechts also chico muss ich sagen Respekt für die Frau machst dir gerade eine ganz schöne Welle da vorne er macht es gerade richtig viele Freunde wie können die denn so weit weg sein wie sie jetzt fahren das gibt es ja gar nicht dann fahr so ich hör Maxi den Motor rechts von mir jetzt um den Motor rechts zieh links rüber ja ja mach das was soll das denn Freezy Freezy ist echt auch so einer ja der geht kaum von Mano aus dieser Runde mit dem war so schlecht was laderst du da hinten überhaupt fahr dein Rennen Freezy wir kommen sonst nicht ab wir jetzt raus und es ist vorbei du hast recht du hast recht mit zwei hier hol ich wieder ein da vorne ist es nicht bremsen gibt Gas nicht bremsen was machst denn du im richtigen Leben in der Kurve drauf zu fahren Volker hast du mehr freibes an Angst Alter mit deiner Zitrone will ich das boah du du bist ein Schmasti alter ich wünsch dir alles der war gut der war gut der war gut ich konnte mich lange Zeit halten aber jetzt oh ich hab den Booster nicht gekriegt Scheiße ich hab den Booster nicht gekriegt wie kann man an dem Booster vorbeifahren ganz außen ich wollte eben Chico nicht dran sondern wollte vorbeifahren und deswegen hab ich den Boost verpasst das war eben das weißt jetzt wär ich hier voll hinten rein geknallt und das wollte ich vermeiden ich hab dir beim nächsten Mal abgebissen hättest du es gemacht wohin ins Ohr ich hätt dir das Ohr abgebissen ach ins Ohr abgebissen Vorsicht das Ohr ist weg Mano es ist weg du bist jetzt ein einohriger Mensch oi 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 NEIN NEIN NO GALU was was leg mir das geht hier um die dicken Punkte und ich werde noch mal in der Geschichte jawoll und jetzt fahren wir ein Rennen jetzt gehts los aber das Problem ist ich bin mit rausgeflogen ja aber hast du mich dann nochmal rausgehauen oder was irgendwer hat mich nochmal rausgehauen NEIN SACHSE das war auch alles noch drin jetzt gehts ab jetzt gehts richtig ab hier im letzten Rennen wieder mein Plan war es dich in der letzten Runde rauszuhauen und Punkt hast du auch und dann hat noch jemand mitgemacht ich bin aber auch rausgeflogen NEIN der haut mich sonst raus erzähl doch nicht oh oh ey komm easy ich hab echt kein Problem mit euch ist alles cool oh da bremst du einfach da bremst du einfach da bremst du ja ja ich bin ja nicht doof die Leute sind ja von uns rausgeflogen oh nein Daxe lass mich vor Ramm ein Kodraten Kodraten Manus hat auf jeden Fall gewonnen nein es endet genauso wie alle von der Rampe springen ich hab gewonnen YES MEIN YES und Maxi Maxi war Zweiter wow wow ey wie krass alter jetzt bin ich so gespannt also ich ich ey jetzt bin ich gespannt das war nicht ok wer auch immer das Hauptgame gewonnen hat hat wegen mir gewonnen ja außer ich hab immer noch gewonnen aber wie krass du Liquid weggerannt hast ey doch du müsstest eigentlich Liquid einfach von der Rampe getrunken einfach weggeboxt ey und dann wenn du wieder gespawnt fahrt zwei Meter und dann kommt Shigo und dann kommt Shigo und dann auch schon mal runter sag mal wer steht denn da ist das TauTau ne verdient verdient ich hab gar nichts gemacht so warum sieht das denn ach so Shigo ist stehen denn jetzt Mann jetzt weiß ich sogar dass der doofe Kodrat vor mir ist das ist richtig oh jetzt bin ich so gespannt auf die Punkte nur weil dann sagst du auch nochmal ich bin so gespannt ich hatte Windschatten NEIN bei mir gibt es das Ergebnis oh bitte 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 nein insgesamt meine ich ja Liquid hat insgesamt gewonnen nein Liquid hätte wenn Liquid Sechster geworden wäre und ich Erster hätte ich gewonnen deswegen ist das knapp das kann nicht wahr sein da steht eindeutig ne 4 vor deinem Namen Manus ey das ist so lächerlich aber Manus dafür dass ich deine Hände nicht weggerammt hab die 50 Euro zahlst du mir dann auf Paypal einfach ein so McFly war dran oh man ey schaut auf jeden Fall bei den ganzen anderen Idioten hier ein und genieß die Show bis zum nächsten Mal Tschüss tschüss tschüss